Hitman und hier noch die Katze im Hintergrund auch wunderschön oh die arme Katze ich nehme alles arme Katze muss zugucken wie ich mit meinem Haus hier schön was machen oh beschnüffelte so ist oh hallo Zuneigung reden mit und Leckerchen geben was macht er denn? Fall lösen Geschicklichkeitsfähigkeit verbessern ein Objekt kaufen ja da verbessern wir mal lieber die Geschicklichkeit und dann kannst du mal hier das reparieren aufs Klo gehen und dann ist ah nee 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 Quatsch die Party fängt doch gleich an oder? da geht doch gleich eine Sau sie hier wohnen doch die Grusels oder auch nicht die wohnen dann doch woanders ja genau es findet eine big eine Party statt One Party ach der steht schon hier ach so ja dann keine Interaktion verfügbar Junge 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 ah wir sind hier schon Party wie sieht's aus ohne Musik ohne alles das ist ja Hammeröde würde ich mal sagen so richtig Hammeröde glaub wir können gleich mal nach Hause abhauen oder? und ja reparieren aufs Klo gehen dann können wir vielleicht mal noch telefonieren Sims anrufen du kannst nicht mehrere Partys gleichzeitig veranstalten m sims zum anrufen plaudern und dann passt ein Architektur wo das ist ein Riesenteil Gott ich freue mich dass du endlich gehst AK Free danke dass meine Party deinetwegen so es kommt nie wieder zu dir zu einer Party ja ja das war äh was war das gerade wie der Hund mich anguckt oh 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 ja willst du jagen äh das das ist unglaublich viel Spaß wenn man das Hund haben kann aber ich glaube das ist in echt auch so ich hatte ja wie gesagt ein Hai leider keinen Hund schade sehr schade aber naja äh streicheln kann man jetzt die neue Interaktion streicheln ist verfügbar halt hoch nein der hat's nicht die gebissen oh anruf über meld als die Telefonikosten Hey, Elkifree, unser Haustier-Hund hat gerade Junge bekommen. Ja klar, noch ein Hund, der mich beißen kann, oder was? Zuneigung, Hand beschnüffeln lassen. Zuneigung, Leckerchen geben. Zuneigung, treten mit. Pflege, Fürsten. Spiele. Apportieren. Und dann kann man mal vielleicht streicheln. Was ist denn, verstärkte Maßnahmen hier loben? Ne, hyperaktiv. Und jedenfalls, wenn man diese Hunde schimpft oder lobt, dann steigt oder singt irgendwas von denen. Also der Hund hat jetzt zum Beispiel hier, wenn der hier das Merkmal hyperaktiv hätte, und du den die ganze Zeit schimpfst, dass der rumrennt und so und hyperaktiv ist, dann geht das Merkmal auch weg. Oder wenn du den, wenn der hier jetzt die drei Merkmale stehen hat und die ganze Zeit neue Sachen erkundet oder so, und du den dafür lobst, dann kriegt das Merkmal, ähm, äh, äh, also äh, äh, Abenteuerlustig, genau. Gebliebte Bürste, oh, süß. so und danach kennen you kfries hat soziale so sim anrufen plaudern dann war doch mal und danach kannst du snack essen brot und schlaf schön das ist ja richtig herz allerliebst was hat der da mit der ruhig gute die wenn wir liebsten weil er auch so alle jubel aber auch auf der stelle der getretene Gartenswerg ein Hitze piept schon naja ja nehmen wir mal den Faller an toll das war ein Screenshot naja ich glaube wir haben die Nutzung des Screenshots aber trotz die selbst in der Korte Rettkirch mit dem jubel Klautern zack kommen hier aber auch auf die Schraube um hohen Stöckchen ab und die Stöckchen ja er hat er wenn ich holen wollen er war viel die Jahre richtig man ist nicht mehr aber auch Und werf. Jawohl. Das ist doch auch ein guter... Da. Perfekt. Äh, lassen wir das mal mit dem abrotieren. Streicheln den Hund. AK-Free kann damit mal aufhören, weil wir jetzt aufs Klo gehen. Oh, jetzt lässt er sich streicheln. Musst dir nicht gleich den Arsch abbleiben. Uh, natürlich. Was macht denn der jetzt? Wir brauchen natürlich noch was, wo der Hund schlafen kann. Das geht natürlich nicht, dass wir hier gar nichts für den Hund haben. Und natürlich auch was zum Essen. Dann würde ich mal sagen, so billiger Schlaflas muss leider reichen. Nur 150. Ja, wobei, woher haben wir 18.000 jetzt? Nein! Der Hund hat so viel mitgebracht. Lol. Witzig. Dann kann man natürlich auch so ein großes Hundekörbchen hier hin machen. Hätte ich jetzt persönlich nichts dagegen. So, ähm, fressen wir ab. Äh, jetzt habe ich schon wieder Werbung gemacht. Äh, da wo der Mülleimer ist, würde ich mal sagen. Und dann bauen wir uns einfach, da wir ja jetzt ein bisschen mehr Geld haben können, jetzt den frisch saft, der ist zu grün. Den finde ich eigentlich schön. Passt auch zu dem grünen Körbchen. Und dann können wir gleich mal noch in die Küche, da wir jetzt keinen Mülleimer mehr haben. Hier einen Mülleimer einbauen. Dieser. Ja. Äh, und gleich noch eine, genau, eine Spülmaschine. Müllzeckleiner. Ist schon Müllzeckleiner. Nicht, dass ich hier noch das falsche gekauft habe. Und ein Geschirrspüler. Wunderbar. Äh, ich glaube, das war's. Oder brauchen wir noch was für einen Hund? Ah, natürlich, klar. Hier bedarf, der braucht der, der muss ja immer abreagieren. Deswegen, ich gebe mal eben so eine kleine Spielzeugkiste hier mit. Und dann natürlich noch... Boah, ne. Guckt euch das mal an. Schloss für den Hund. Das werden doch gleichzeitig noch unser Haus auf. Ich glaube, das können wir uns arbeiten. Das sind das Farbenlipsen jetzt noch. Naja, die Farben sind jetzt... Lassen wir das. Das wertet gleich unser Haus mit auf, oder? Das sieht doch jetzt schon viel geiler aus. Das sieht so... Boah. Hammer. Ähm. Und ich hab noch... Naschball. Den kann man ja mal in grün machen. Wie unser Immobilier für den Hund. Was haben wir hier noch? Ach, Gartenswerbe und Schlangen... Nagetierterrarien. Stein. Essenz der reinen Liebe. Sir Briggs-A-Lort Junior. Ich glaube, wenn man... Okay, wir haben ja jetzt beide den Hund, aber ich glaube, ich kaufe mal einen Stein, dass der nicht so alleine ist. Sir Briggs-A-Lort. Aber eine Rosa kommt. Eine Rosa. Ach, die gibt's nicht. Ich muss nicht. So. Fahren wir fort. Gewinne Sneaky als besten Freund. Was macht er? Herumschnüffeln. Du Schnüffler. Ich glaube, ich muss dir mal zeigen, wo der Hammer hängt. Naja. Er hat Hunger. Sneaky kann mal, nachdem er aufs Klo gegangen ist, den Napf füllen. Und was kann er jetzt mal? Neues Objekt überprüfen. Aha. Ich glaube, der sollte erst was essen, bevor er ins Bett geht. Aber davor kann er jetzt mal noch den Stein in sein Inventar ziehen. Sir Briggs-A-Lort. Junior. Und er geht ja jetzt schlafen. Ach nein. Der kann ja noch hier schön Fütze aufwischen und dann schlafen gehen. Und in Elkes Gesicht geworfen. Jawohl. So wie es sich gehört. Ich glaube, essen können wir morgen noch was. Der Hund kann aus dem Napf fressen und dann schlafen. Sneaky kann schlafen. Und Elke kann gleich auch mal schlafen. Das wollte ich jetzt auch nicht haben. Ich glaube, das wäre noch ein Screenshot hier. Ich glaube, der Hund kann das nicht aufwischen. Naja, wie wäre es? Ah, der Hund kann das doch... Ich weiß, das ist fies, aber... Trinken. Und dann schlafen. Ah, Lichter gehen von alleine aus. Du hast doch jetzt genug gegessen. Also kannst du jetzt noch was trinken. Jam. Mie, mie, mie. Rückwärtsgang. So, komm. Schleckere mal. Genüttli. Gebürstet, weil hier gebürstet wurde. Ah, das grenzenlos... Das grenzenlos gute Gefühl. Eines frisch gebürsteten Fells. Oh, wie wunderbar. So. Ich glaube, ihr könnt vorspielen. Das stört, denke ich, niemanden. Komm, leck schneller. Leck, 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 leck. Merlin, Merlin, leck, leck, Merlin, leck, Merlin, merlin. Oh, das hat Ferkel hochgepusht. Nein, sowas darf ich nicht wieder machen. Ich will da nicht, dass du so ein Ferkel holst. Das dürfen wir nicht so lassen in unserer schlechten Wirtschaftslage. So. Ah, das Ding, ich muss dann unbedingt was essen. Aber wenigstens ist es die ganze Hüpfel zu weg. Ach, die ist noch von selber eingezogen. Ah, okay. So, was essen. Danach säubern und danach duschen. Und danach kannst du... Ach, der muss ja am Montag wieder arbeiten. Okay, nice. Oder auch nicht nice. Das Problem mit den Screenshots irgendwie immer... Dann habe ich für eine Folge hätte ich fünf verschiedene gute thumbnails. Und für die nächste habe ich dann kein einziges mehr. Das regt natürlich schon auf. Und es ist da eben schwer, die Zeit so abzuschätzen. Und ich stehe gerade auf. Auch neuer Screenshot. Der hilft nicht. Gut. So. Eckefree. Der kann, glaube ich... Naja, wenn der jetzt duscht... Ähm... Ja, ich glaube, der sollte als erstes duschen. Und ich sollte dann einfach mal... Ähm... Hm. Ich weiß nicht. Was kann ich denn machen? Das Ding erstmal aufräumen, wenn ich fertig gehe. Was macht dann Merlin? Wie lange schläft der noch, meine ich? Auf Kauspielzeug herumkauen. Ah, der hat Zerstörung soweit. Hm. Wie ich dir einen anguck. Die Augen wie zwei so riesige Reifen von irgendeinem Bagger, oder? So. Aufräumen. Dann kannst du... So. Säu... Nein. Säubern. Und duschen. Ich hoffe... Oh, kannst du noch nicht. Du kannst noch nicht. Nein. 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 Aus. Was ist denn das? Fast ungenießbar, weil Essen auf billigem Herd geht. Stopp. Was ist das? Ja, ich weiß, dass das ein Pferd ist, aber warum? Oh mein Gott. Naja. Auf jeden Fall habe ich jetzt genug Sumptenails. Oh. Was können wir denn noch machen? Gourmet-Tierfutter machen. Hündchen-Tierfutter, Enten-Tierfutter, Fisch-Tierfutter, Rinder-Tierfutter, Pferde. Also ist da jetzt Pferd drin oder ist es für Pferde? Ich will mal kein Risiko eingehen. Rinti, Hundenahrung. Kaufen sie, kaufen sie, kaufen sie. Es kommt immer vor der Hundeprofi. Oh, heute ist Samstag, heute kommt der Hundeprofi auf. Fox. Schleichwerbung. Nein. AK-Free. Das wäre ruhig unsichtbar, du Armer. Du kannst jetzt erstmal um 5 Uhr nachts morgens jemanden befragen. Du kannst säubern und dann duschen und dann zur Arbeit gehen. Wann musst du anfangen zu arbeiten? Um 8 Uhr, das heißt um 7 Uhr kommt die Fahrgemeinschaft. Ja, das passt. Oh, ne. Ne Zeitung zum... Oh, wie süß. Oh. Ich glaube, wir brauchen unbedingt einen neuen Herd. Der Hund kriegt jetzt dann Gourmet-Tierfutter. Komm, befrag. Befragers und dann verschwinders. Rolanda Junggesell. Ja, nehmen wir natürlich an, egal was da jetzt stand, Mülltonne durchsuchen. Hier, oder was? Ach, das ist gar keine Mülltonne. Betrachten, von wem soll ich denn jetzt die Mülltonne durchsuchen? Glückwunsch, sneaky hat in Korin soeben Level 3 erreicht. Von denen die Mülltonne, die haben doch bestimmt einen Wachhund. Wahrscheinlich sieht der so aus wie der vorhin, wo wir die Gesichtsmodulation da gemacht haben. Bei unserem Doggy. So. Texturen. Wo seid ihr? Hier. Go, 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 go. Jetzt. Das stimmt doch gar nicht. Naja. Ah, hier sind sie doch. Hier sind sie doch. Wo rindt sie? Ah, hier. Dö, 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 dö. Die Vorgemeinschaft. Sneaky fährt in etwa. Unos tun das. Müll auf Hinweise untersuchen. Müll auf. Stopp. Müll auf Hinweise untersuchen. Sneaky. Ah, ist schon mit Putzen fertig. Muss ich jetzt nur noch duschen. Der Hund, der jagt schnell den... So, aus irgendeinem Grund hat sich gerade mein Sims minimiert und jetzt ist der Bild schon mal wieder dunkel. Herumrennen, Ball hinterher springen. Aber ich wollte ja so... So sneaky Gameplay. Ach, der muss jetzt erst duschen. Äh, was machst du? Komm, mach schnell. In einer halben Stunde fährt deine Fahrgemeinschaft. Hast du jetzt die Mülltonne durchsucht? Immer noch nicht. Was macht denn der für ein Schrott, ey? Fick dich doch einfach. Jetzt durchsucht doch die scheiß Mülltonne. Ich rage hier jetzt gleich. Fick das doch. Tut mir leid. Aber manchmal kann ich mich einfach nicht mehr beherrschen bei diesem Unholt. Naja. Komm, mach schneller, 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 jetzt jetzt, go, 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 go. Müll auf, Hinweise untersuchen. Hier hingehen. Müll auf, Hinweise untersuchen. Willst du mich verarschen? Jetzt durchsucht doch den Müll, du bist ein Detektiv, was willst du machen? Müll auf, Hinweise... Müll auf, Hinweise... Müll auf, Hinweise... Um, sie mich jetzt neben die Mülltonne stellen, oder was? Was soll denn die Scheiße? Sag mal, geht's eigentlich noch? Soll ich jetzt hier noch klingeln, oder was? Ihr, äh, darf hier ihre Mülltonne durchwühlen, um Hinweise, die sie in einem Mordfall belastend zu finden. Fick dich, 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 ich mach jetzt mal das, vielleicht bringt es mir ja genauso viel, normaler Betrieb, Artarbeiten, das ruhiger angehen lassen, passt ja alles, er spielt mit dem Ball und AK3 geht seiner täglichen Beschäftigung nach, natürlich nicht die von Sims, aber in real life, er will sich ja irgendwann mal in 20 Jahren irgendein Game abziehen. Auch ein wunderschönes Gutsch, der Kifi hat etwas weggebrochen, Schrott gefunden, wow, kauf dir ein Eis davon, so, Müll auf, sag mal, was soll denn der Schatz? Naja, ich mache hier jetzt eine Aufnahme, bevor ich noch gleich Mega-Uprage, zuerst mal lasse ich aber bei ihm etwas Druck ab und lass ihn hierhin piezeln. Piesel, Merlin, ich gebe dir die Kraft zu Piesel, die Kraft. Pst, pssst, ach, ja. Und dann kannst du mal noch was essen. Aus Nappfressen, aus Nappfressen. so und an dieser stelle würde ich gerne mal eine aufnahme pause machen draußen ist es schon zu 45 da wie zu sommerzeiten nachts um halb eins also schlimm auch wieder nicht aber naja vielen dank fürs zuschauen ich würde mich freuen wenn ihr uns abonnieren würde falls ihr es nicht schon habt wenn ihr vielleicht nur einen kommentar schreibt auch wenn es nicht so toll ist wenn ihr scheiße findet wie ich merlin erstellt habe oder wie ich irgendwas anderes macht schreibt es doch einfach das werde ich euch nicht böse nehmen aber bitte nicht nur böse schreibt einfach am besten noch was ich verbessern kann ich weiß ich bin nicht perfekt überhaupt nicht perfekt aber ich hoffe trotzdem es macht euch spaß zuzuschauen und mit dieser wunderschönen aussicht in ein haus rein und zu einem komischen jungen grusel verabschiede ich mich und bis zum nächsten mal tschüss